Selbst in der CDU treten viele für einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung ein. Die Wesensverschiedenheit in der Weltanschauung hindert uns nicht, mit den Männern des Marxismus in gemeinsamer Front zur Wiederaufrichtung unseres Vaterlandes zusammenzuarbeiten. Kein wahrer Christ und kein wirklicher Demokrat kann anders als es bejahen. Tut den Schritt zum Sozialismus.